mach ich mir eben ein Hammer achst du alt mach's dir selber hehehe oh Moment ich hab noch ne... ha ich hab noch ne Kiste hab ich hier noch wo kann man die denn schön hinstellen ich mach mal hier ne Plattform nö nö, nicht auf Plattform, dann kannst du nicht reingreifen in die Kiste so ist das schon ein Problem, alter klackert man das wenn sie zu hoch ist, kannst du mal ausprobieren, kannst du aber nicht ich bin zu hoch ist, wie er sagt, dass ich die hochschweifte er sagt, dass ich die zu hoch bau das reicht schon, du kannst da nicht reingreifen dann er hat mich jetzt... ach verdammt, was mach ich falsch bei Öfen kannst du den nicht benutzen, sorry weg ist schon hallo 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 ja hallo ich bin ich, ich meine, ich meine, diese 6 Plattform, ich krieg die Kiste nicht das braucht genug sein, die Plattform ist ja auch 2 Stück, oder? 3.2, aber du hast schon falsch gepackt jetzt fahrt auf einmal, das ist auch noch gepackt, wahrscheinlich keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall das richtig gemacht, ich bin nicht blöd oder so natürlich bist du so so den Weg hier oben könnten wir dann schon benutzen dann dafür geht ran so das ist ziemlich unspannend, ja ich weiß, aber wir müssen einen Weg finden, um diese komischen Viecher vorbeizukommen so ja, ja, das ist einfach mit Hilfe mal hier das ist ein ja, was machst du, du, du machst doch eine Wette hoch ich glaube, ich bin wir brauchen noch genug Holz und das hat müssen wir auch Bäume da pflanzen würde mal so du kannst doch das links machen ok ab da ist es dann hoch genug, dann bauen wir da so einen fliegenden Weg hier rum so ganz nach rechts das ist es ist doch gut ja, ja dann eben auf diese erbärmliche totweise mein Geld oh, Gott Slimes ba 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 da oh geil das mache ich echt gut in in Grabstein auf dem Dach, wo es wahnsinnig ich weiß ich kann einfach bau ich kann einfach Leute der Heiligen Dachverband noch mehr A-Ko das ist so lang ja ja so um wie geht man da oben holz oder wir wollen da oben wir wollen mehr holz wird die Borde da oben ich komme schon mehr auf abgabend zu schalten wo wir haben aber schon ganz viel abgeholzt ja auch die Jungs voll viel und ich muss jetzt auch nachpflanzen oder wir müssen dann auch nachpflanzen nach rechts und und links aber hier ist links zu geben schon klar haben ja so in die Richtung natürlich also manche hätten links schon voll abgeholzt so noch ja ja du holst jetzt einfach mal alles ab ist ja nochmal geil und dann hier alles vollpflanzen so ich mache ja schon mal den Boden ein bisschen flacher wenn dann der Goblin-Kampf kommt dann haben wir wenigstens schon mal ein flaches Gebiet hier na das ist wichtig bei denen das ist wichtig bei denen eigentlich schon gut dann hier noch das Stein weg und dann kommt ja das Holz ja Zuschauer wir gehen demnächst auch in Höhlen aber wir müssen unbedingt über dieses komische Gebiet drüber kommen sonst werden wir sowas von der mich drauf gehen und dazu erstmal hier alles mit Erde vollpflanzen und dann hack doch mal die großen Bäume da ab ja ich muss das mit den Scheißleim killen da drüben ist schon das ist komische Gebiet oh mein Gott ein Viech kommt ich habe ihn schwer ließen so das ist ein relativ großes Gebiet finde ich da kommen gleich drei ja das eine greift mich an jetzt kommt noch ein zweites zu dir warum sind wir zu mir? die zwei größten sind zu dir die zwei kleinsten sind zu mir ja ein kleines ist auch zu mir aber ich brauche einen Bogen ich habe gestern im Singleplayer noch ein bisschen gezockt aber ich bin zu übelst gehe ich drauf die ganze Zeit ich bin einfach so schlecht ja du bist einfach zu schlecht ey du bist einfach viel zu schlecht man ey du bist so dumm in dieser Welt ich bin jetzt nochmal abreißen dass ich falsch gepflanzt und da noch eine Baum also ja wir haben relativ unsere Baumform eigentlich so ich habe es jetzt ein bisschen größer gemacht die Baumform zu wohl okay und und das we steht nicht so und wir kommen wieder ein und zwei oder politik und durch damit sie nicht gleich hierher kommen auch mal das ist hierher kommen ich gehe gleich drauf die 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 war die war das stück so ganz klein sicherheitsabstand auch schon war noch abstand abstand wo ich würdest du in unserem Weg den ich hochgebaut habe ein paar Fackeln setzen vielleicht die ich habe mich vor Ort ist möglich das ist eine mögliche Arbeit, weil sie nicht nutzen doch doch ich werde erstmal ganz schön das Geld einzahlen ich habe keine Worte oder ein dein Bauerbein, dein Bäumchen, das wächst schon ja ich brauche Haufen weiße Holz hier oben wenn ich das ganze mit Holz bauen will gut, ich habe das Geld wieder eingesammelt ok also viel Holz haben wir jetzt ich habe Stack habe ich schon mal voll ja aber reicht nicht ungefähr ich habe hier ewig muss man nach rechts bauen schauen um dieses komische Gebiet zu tünfen ja Zuschauer können uns Tipps geben wie wir dieses Gebiet später mal beseitigen können ich habe ja von dem Holy Water habe ich einmal, bei meinem Anderm Pro-Charakter habe ich Holy Water benutzt das irgendwie los zu werden so dass sie ein bisschen schwerer zu kommen die 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 er hat immer noch mal ein Hörer gebraucht auch da wird derzeit sterben nicht genug Geld das sind die Erlösung des Meister eingesammelt durch die Kiste mit damit man lieber auf Barbar an Bader Barbar kriegst Köln Warte ist es gut ein Pro oder die auch steigend die auch steigend mal kürzelt im Stuttgart ja mal im Moment ich habe erstmal mit dem Weg im Bau und sei auch immer wo es kommt oder so überwärts und er macht geht doch wir haben zweimal leder ja leder wirklich leder hast du schon leder draus gemacht aus diesem fies zeug ja joo zwei stück habe ich da fünf für so eine komische Rüstung oder für ein komisches so alright ich es weiß ich noch ein die Stadt schnellsteilung mit schmerzlichen zu bei einem ohr das hat auch gewachsen die Schlüssel zu sagen oder ich hab' 85 oben alt alt weil man sich die Böden oder 80 Böden so gut ja was ist mit den 180 Böden das ist wieder so da ich mach mal ich mach' mal ein bisschen mal ja du weißt schon hast jetzt einen Ofen nur umgekehrt er ist bei der rauf von köln holz und steuern er soll die die Backe und bei steinig genug ist aber auch bei mir und drei Stück aber ich kann aber nicht machen ja hier sind nicht wir doch nicht schweißen die geht so Prozent die jahre ja ich bin ich hab schon gut äh, wo stellen wir den am besten hin? ne, über diesen Arbeitstisch dann kann ich jetzt sogar Eisen ich hab auch schon ein bisschen Erze, sagen wir's so 5 Eisenwaren haben wir jetzt 5 Eisenwaren schon du bist Leder auch nicht ich hab aber von... ich mach jetzt den den Schmiedeteil des Schmiededings, wo wir uns Rüstung und Zeug machen können, so nicht, dass wir sonst doppelt machen doppelt gemobbelt ey, ich hab schon genug Kupfer, um uns Rüstung zu machen, aber der bringt uns nichts Quickstack ja wir brauchen mehr Eisen oh ja, du hast ja Eisen warte, ich muss mal gucken, wie wir... mein Gott, guck mal, wo der Typ steht wie dumm ich weiß, der die ganze Zeit mit Angst wenn er zu weit hingeht, dann geht er wieder zurück wir brauchen ich brauche noch ein bisschen Holz so passt so ich mach mal wieder die Steine ab oh, aber... kannst du jetzt nicht mehr Holz geben, bitte? ein einziges Stück boah! ja, ich hab da drin voll viele Bäume ich hab's übertrieben gut, ich wollt nur ein Stück, aber... ähm... nö, ich hab noch 200 in meinem im Mittag äh... der eine ist leidlich auf den Gratten, wo ich so gehauen und er fasst auf die andere und will schon flogen, ey das ist echt geil und es hat Lugen gemacht wir brauchen nur 5 Silke, hast du noch ein bisschen Kauweb? Kauweb? äh... aber wie verbrauchen wir für ein Bett? was meinst du? ja, der hat ein Problem da so ähm... Bett brauchen wir 5, ja ich brauch noch ein bisschen Silke also ich brauch noch 2 so Spinnenweben ähm... ja, ich hab kein... was machst du da? ich hab kein Spinnen du musst da... in Glas Scheiben musst du das machen erst Philipp, das sind... das sind Blöcke das sieht doch auch geil aus das sieht doch geil aus das ist doch Scheiße ganz egal genau wie bei Minecraft genau wie bei Minecraft